Ja, 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 na schau, geht ja eh, Yoshi, na schau, geht ja eh. Musst den extra oben schlossen. Das wär's halt, wenn ich wirklich einfach den hier machen hätte können. Das hätte ich gefeiert. Wir haben da aber noch, da drüben auch noch ne Kiste. Warte, noch ein Stück, guck. Weil da hab ich auch noch diesen Grün. Genau, genau, da haben wir die Küste. Und da haben wir noch so einen ganz komischen grünen Gegner noch gesehen. Weißt du nicht, wie Sascha hat mit dem Wasser? Der für, der für nicht. Oh, wenn ich mich schnell bewege. Ah, okay, das Wasser zählt dann wieder irgendwie nicht komischerweise. Aber okay, passt schon. Ich glaub, ab einer gewissen Tiefe oder irgendwas darf ich nicht ins Wasser. Aber ich so das dezente Gefühl. Okay. Die hat wenig Sorgen, dann hole ich mir einfach die Kiste und Tschüss. Es ist halt, es ist halt meine Kiste. Gehört schon mir, hab schon reserviert. Ganz schätzen, okay. Mich würde es einfach nur mal ganz kurz auch interessieren. Wegerl mäßig. Ja, wir kommen schon langsam hin. Bis der Eppert hat zwar eh noch drei Stunden dauert, aber... Mission ist Mission. Muss auch erledigt werden. Oh, Käfer. Ah, Gott sei Dank. Wir waren jetzt wirklich fleißig jetzt mit den Käfer. Also wir haben da wenigstens ein bisschen was gefunden. Gott sei Dank. Gott sei Dank trotzdem, ja. Käfer ist zwar Käfer, aber... Ich bin jetzt 71 oder 72 oder 72 gehabt. Bei zehn Käfern macht es schon einen Unterschied. Aber bei einem Käfer... Was denn, wenn sie dann wieder den nächsten Käfer finden? Beziehungsweise es gibt nur bei gewissen Standorten dann wieder einen Käfer. Und der kommt dann quasi wieder. Wenn es den schon einmal hat. Oh, alle gehen schon wieder auf mich los. Ah, schau, 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 schau. Alle wollen schon wieder einen kleinen Happen von mir haben, oder? Alle machen schon wieder einen Favoriten an ihren Stich. Das gehen wir überhaupt nicht. Magische Abwehr. Was haben wir da noch so alles? Ich kann eine Kombination auch machen. Dann brauchen wir da so eine Kombination mit mir zu interessieren. Was aus der Kunde? Ja, safterle, gell? Ja, passt perfekt. Arzneimittel wird sich gegönnt. Der hat während des Kampfes einfach auf Standby. Der hat einfach zu den Gegnern gesagt, habt ihr erst, jetzt bleibt sie mal ruhig. Ich bin jetzt am Basteln. Jetzt geht's scheiße, okay. Bin ich am Basteln-Team. Hauptsache, tiefer geht nicht mehr. Das ist wichtig. Das ist extrem wichtig. Ich hätte sogar schon fast gesagt, besser wärst, wenn man sie sogar ein bisschen so hinverleiten könnten zu den anderen. Das wäre richtig geil. Das wäre richtig, richtig geil. Weil wir hatten ja noch zwei andere Havare da in der Nähe. Die könnte man ja eigentlich quasi... Achso, die sind eh auch dabei. Oder Sean einfach nur teppert. Ich glaube, eher die Sean haben nur teppert. Oh, mit den Blizimamizi. Da geht wieder was weiter. Da geht wieder was weiter. Und der nächste Kandidat. Den holen wir sicher auch noch, weil dann haben wir wenigstens auch ein bisschen... Ich glaube, er ist gekommen. Bin mir nicht sicher. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, er ist gekommen. Definitiv. Ah, jetzt ist er nicht mehr Violett. Interessant. Also gibt er jetzt immer niemand. Oh, oh. Aber geiles Viech. Geiles Viech. Bis der Epo... Den haben wir noch nie gehabt. Den haben wir bis jetzt noch nie gehabt. Geil. Oh, 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 oh. Ich brauche ein bisschen beim Aufstehen. Danke dir. Danke für die Hilfe. Keine Angst. Aha. Ich mache nur ein, zwei Schläger sich jetzt aber und nehme wieder mein Schild. Ich mache auch ein bisschen den Pussy-Modus. Aber ist mir doch lieber. Oh, 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 oh. Hat mir schön eine prachte Haverer. Oh, 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 oh. Nicht schlecht. Echt nicht schlecht. Der hält uns auf Trapp mal wieder. Der hält uns mal wieder auf Trapp. Alle auf einmal los. Alle. Aber der ist, der ist zmächtig. Ich sag's dir. Der ist, der hat auch noch. Der ist eine andere Liga. Der ist eine andere Liga. Ich sag's euch. Allein schon sein Power-Level und das Ganze. Wenn wir alle schon hinschlagen, auf er. ist ganz, ganz, ganz anders. Ganz, ganz anderes Power-Level. Ganz, ganz anderes Power-Level. Ich finde es so schade, dass der Haverer da nur so zuschaut. Der macht den Giant Leaks oder ich weiß nicht, was der so alles geplant hat in der nächsten Zukunft. Ja, auf seiner Bienen oben drauf. So ist richtig. So ist richtig, Alter. Auf se, Knack, Alter. Ich zerleg das Knack. Ich zerleg. Ich mach zerlegen, Alter. Ich mach zerlegen. Passt. So, ja. Warte, warte, warte. Weg. Weg von dem. Fehlen. Ich muss wenigstens ein bisschen mehr aufpassen jetzt. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Jetzt kann wieder gemeingefährlich werden. Dann wieder schöner Todesstoß. Man muss jetzt aufpassen. Man muss jetzt wirklich aufpassen, was er tut. Aber es allen anderen geht's gut außer mir. Finde ich interessant. Der, was die beste Rüstung und alles drum und dran hat. Na, super. Ah, der schleicht sich dann wieder, oder was? Bin ich jetzt irgendwie nicht gut genug für ihr mal, oder was? Na, super. Ich bin einfach nicht gut genug für ihr mal, oder wie? Oder, oder? Ah, der ist aufgeklettert. Schau dir den auch. Der ist ein Feigling, oder? Komm her. Kommst du, kommst du. Ich gebe dir. Was ist jetzt mit dir? Schaust du mir auf und du deppert da, oder so? Was ist jetzt? Oh. Ah, das ist ein Liebke. Äh, kann da irgendjemand was von euch machen? Ich frage mich nur für einen Freund. Ich frage mich nur für einen Freund. Ja. Ja, Routenfighter. Aber nicht gegen mich. Gell, weil die anderen schon besser aus, als wie ich. Ich frage mich nur für einen Freund. Opa! Hohoho! Das Knie brauchst du eh nicht mehr, oder? Hahaha. Ich habe gehört gerade, das Knie brauchst du eh nicht mehr, oder? Bist du eppert? Aufpassen jetzt, aber jetzt ist er wieder übermütig. Geben wir mal da. Oh, holy moly. So, jetzt tun wir mal schauen, dass die Ausdauer wieder zurückkommt. Ja, wichtig, wichtig, wichtig. Und jetzt guter Schlag, guter Schlag. Hm, 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 hm. Der hat schön gesessen. Jetzt plötzlich kommen da auch noch andere Gegner auch noch daher, oder? Wo, wo kommen die jetzt schon wieder daher, oder? Das gibt's ja nicht. Das macht... Das schaut aber nicht nach viel aus. Ich schaut aber nicht nach... Ich bin motiviert, dass ich helfe. Ich mache einfach nur ein bisschen stabi, stabi. Hahaha. Weiß nicht, was der aufführt, aber okay, passt. Hey, du gehörst mir, Alter. Du gehörst mir, Habe. Oh, da ist ja noch einer. Der hat schon mal sein ganzes Gift verbracht. Aufpassen. Gefährlich. Wasser. Wasser, wichtig. So lange, so schnell... Wenn's irgendwas rot ist, ziehst du weg. So gut weg. Und's bisgau wieder hin. Oh, jetzt, jetzt haben wir ihn. Ja, Mann. Der hat noch einen Stich. Auf die Haxe, Alter. Egal was, in seine Eier, Derger. Der braucht dich eh nicht mehr, Alter. Der braucht dich eh nicht mehr. Schau schon, wie der oben liegt, Alter. Geil. Sowieso, wenn ich meine Haare da nicht hätte, Alter, würde ich es überhaupt nicht erblasen. Dann würden wir nicht mehr weit kommen. Oh, ho, ho, ho. Ja. Ja. Oh, da habe ich ihn gut gegeben. Da habe ich ihn richtig gut gegeben. So, und jetzt in die Brust und das Ganze. Mhm. Hm. Okay, er macht nur ab und zu das noch aufgekladen, irgendwie. Aha. Aha. Das gefällt einem, glaube ich, nicht, wenn ich da so am Knack oben bin, oder? Glaube ich nicht. Glaube ich nicht, jedenfalls. Aber so mein Knack, alter Digger beim Ohr ist. Fährlich, fährlich. Aufpassen. Jetzt kann es wieder random werden. Ach, der spielt sich gerade mit ihm. Bis der, der macht auf King Kong. Oh, weh, oh, weh, oh, weh. Gib ihm jetzt. Gib ihm ein Gescheite. So, wieder in die Pappen. Wieder in die Pappen fest. Wichtig. Der eine Haber ist auch noch dabei. Das ist gut. Entweder zerlegt er, oder zerlegt er. Ich glaube, er zerlegt er. Aber man muss aber aufpassen. Bei mir geht es richtig scheiße. Mach den hier. Ja. Ja. Das tut ihm wenigstens ein bisschen weh. Oder auch nicht. Es juckt ihm überhaupt nicht, dass ich da attackiere. Haha. Die Blitze, die juckt ihm überhaupt nicht, Digger. Schau ihn dir an. Schau ihn dir an. Ha, aber ja. So, jetzt kommt ultimativer Angriff. Super, der schlägt sich. Aber du weißt, wie viel Ausdauer das jetzt kostet, mein Freund. Nein, 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 nein. Jetzt, wo du brennst, brauchst du nicht schlägen. Ha, aber ja. Jetzt bist du es, Alter. Jetzt bist du es. Und der eine ist schon am Knack, Alter. Der Depper, der hat wieder was können. Der hat wieder was können. Hahaha. Der hat mir gefallen. Der hat mir gefallen. Jetzt allege bis aufs Blut, Alter. Oh, da ist ja noch einer. Hoppala. Und tschüss. Wahnsinn. Der hat aber auch wieder was können. Der hat mir gefallen. So. Okay, wir müssen jetzt dann wieder weg zurückgehen. Ich hoffe, dass man vielleicht dann doch wieder... Kleines Lager finden oder irgendwas, was super... Boah. Jedes Mal Angst. Jedes Mal Angst, wenn irgendwas... Aha. Okay. Achso. Achso. Hat das schon wieder das nächste Monster ist oder was? Ich meine keine Ahnung. Egal. Hauptsache, ich finde irgendwo ein Lager, wo ich mich dann wenigstens wieder ausruhen kann. Weil andere... Alle geht's gut. Außer mir. Super. An anderen geht's prächtig. Geht's richtig, richtig gut. Ich bin wieder der Geschissene. Ich bin wieder der Geschissene. Aber Freikast. Mmh. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh. 25. Wichtiger. Da braucht jemand eine Hilfe oder was? Na, warte mal. Den haben wir schnell erledigt. Den haben wir schnell erledigt. Bis der... Wer hat den Stein geworfen? Wer ist da bitte so stark? Wer ist da bitte so stark und hat den Stein geworfen? Das ist super. Der Avere trifft nicht einmal. Das fällt mir an. Das ist richtig geil. Hehehehe. Nur weil du noch das Schwänzchen hast und der andere nicht, kannst du jetzt nicht austoben, mein Freund. Ja, warte. Ich kann auch Schwänzchen abschneiden. Komm eher da mit den Schwapen. Du passt das eh nimmer. Oder bald nimmer. Er merkt schon, er ist schon wieder bald hin. Super. Ja, das Schwänzchen. Sehr gut. Merkt schon wieder, er ist schon wieder bald hin, der Hauwerer. Ja, vielleicht ein bisschen, Leute. Jetzt sind die kleine Eingang. Hier, Moin. Jagdauftrag war das. Achso. Das ist super. Das ist Leihwand. Das ist für dich. Now we're even, eh? Quit. Ja, nehm ich auch gern. Die 2000, ja. Boah, also der Schild. Allow me to gather these up. Ist echt ein schönes Flecker. Bist deppert. Echt nicht schlecht. Echt nicht schlecht. Ich glaub, wir sind jetzt wieder bei der Hauptstraße angekommen. Schau dir das an. Schau dir das an. Ja, 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 ja. Wir sind endlich bei der Hauptstraße wieder angekommen. Ich würde jetzt aber trotzdem das da hinten jetzt interessieren. Oder ist das nur die Form? Wir haben nur irgendwas gehört. Ich weiß nicht, wo es das war, aber ich hab was gehört. Find's wieder neu interessant. Tu mal kurz Status. Er hat aber keine leuchtenden Augen, weißt du was ich mein? Nein, dementsprechend hör ich immer dieses Duuuuuhh. Oh. Oh. Okay, das war's vielleicht. Das war's vielleicht. In Havara geht's nicht so lang mehr so gut, gell? Also, gute Hilfe. Hilfe, Hilfe. Ja, pass, danke. Weil der magst du dann immer mit den Herzen mit, der Havara. Der magst du nicht lang mit mit den Herzen. Wir haben jetzt aber jetzt nicht gedacht, dass wir jetzt hier irgendwie... vielleicht attackiert, wenn ich immer einen Dach gehabt habe. Aber da hätten wir unser Lagerfeuer. Ich glaube, weil ein Drache in der Nähe ist. Kann das sein? Ah, nee, das andere Viech. Aber nee, das ist da bloß jetzt nicht. Das ist da bloß jetzt überhaupt nicht das andere Viech. Nein, 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 nein. Besser weg. Besser weg, liebe Leute. Ist besser. Ist viel, viel besser. Super, weil... Wetten, den kann ich noch einmal besiegen? Hahaha. Ist auch gerne, den kann ich noch einmal besiegen. Mh-hm. Guckst du das Gefühl, dass das Viech auf mich losgehen wird? Mh-hm. Ein echt komisches Gefühl. Hahaha. Ich glaube, ich hätte einfach weitergehen sollen. Einfach der Straße entlang. Ja, und jetzt ist das Viech auf der Straße. Super. Echt geil. Was ist mit dem da? Weil das schaut so aus wie ein Lager, oder? Ich frage noch für einen Freund. Hahaha. Das kann man nicht zufällig nutzen. Ich will aber nicht zufällig nutzen. Ah, ey. Du gleich attackieren und alles drum und dran. Gefällt mir nicht. Es gefällt mir nicht. Bist du jemandem, Hoverer? Bist du jemandem auch passen? Weil, und gibt's Gas. Gibt's Gas? das hat mir relativ gut geben jetzt relativ gut geben aber fast eine haare der braucht das endlich eine pause braucht endlich eine pause das ist das schon wieder bogen schütze ja wenn ich mir gestärzt mich nicht weil ich hab eh lazarus ding ich glaub das lazarus ding da da ist alles okay aber ich mach mir nur sorgen um das eine füge wenn das auf uns losgeht da sind wir alle im arsch ich hab so das gefühl dass der da uns gesehen hat und er will sich auf uns spürzen aber er schleicht sich wieder das wäre das geilste von allen das wäre das geilste von allen wenn der sich einfach verpissen würde ich dachte ich hätte irgendwie zu mir sehr gut 25 aber das geht schnell oder dass das rent plötzlich oder es beginnt alles zum rennen ich hoffe wir haben unsere ruhe wir haben eh relativ gutes fleisch es muss ausgenutzt werden fix um ok wie habe ich das kann's meine da tun vi das der kommt jetzt schon wieder warte kurz ich muss nur ganz kurz zurückschreiben sorry tut mir echt leid weil normalerweise mache ich sowas nicht passt normalerweise mache ich sowas nicht während des streams irgendwie wo zurückschreiben oder sonst das tut mir leid ja ich würde sagen wir schauen mal besser nicht so die kann ich jetzt alle aber ist halt ja wieder die frage ob die relevant sind meiner meinung nach die haben mich als erstes attackiert die kennen schätze geht ihr mich als erstes attackiert und dann soll ich es wiederbeleben besser nicht besser nicht haben sie verdient haben sie einfach alle miteinander verdient fix das schauen wir wenigstens auch eine kleine prämie gemacht lag haben wir kennengelernt bombe liebe leute bombe und wir haben einen anderen weg gewählt er wird definitiv viel viel einfacher gewesen sicher 100 prozent der wäre sicher so dermaßen einfach gewesen keine gegner oder kaum oder nur die schwachen und die coolen nehmen natürlich den starken den schwierigen weg alles klar ich muss immer den schwierigen weg nehmen ja mal ich steppe der mensch wieder durch die gegend fuhr aber 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 nicht schlecht ich nicht schlecht schade ich glaube ich glaube ich werde mitgenommen Hilfe, Hilfe Nimm mich einfach mit Wie sie mich einfach alle gemeinsam attackieren wollten, wow, Alter Haben sie doch gehabt, jetzt gratis Fresserei, oder was? Ich bin mir da so unsicher, ob er mich attackiert oder nicht Gott sei Dank, Spezialist Ah, sehr schön Ja, wir müssen eh schauen Endlich die Laufbahn ändern Jetzt ist es endlich soweit Also bei der nächsten Taverne oder so, wenn wir da irgendwas finden Wär schon leihwand Wär schon sehr geil Interessant Okay, jetzt bin ich aber gespannt Okay, das geht aber Das, das geht Wir haben nur irgendwie Oh, boah Bitte flieg einfach weiter Bitte flieg einfach weiter, Digger Und Attackier mich nicht Bitte nun mich nicht attackieren, Digger Alles klar Ist eh wieder klar, dass wieder alle auf den Milo ausgehen Typisch Typisch, Digger Typisch, Digger Die haben da so ein richtiges Nessel Das gehört jetzt einmal mir Da, ja, da bin ich so richtig gut mit euch Das gefällt mir, das gefällt mir Der B-Stepper Was du nicht wisst mit dem H-Ware Da, äh War ich da drüber gekraxeln? Ich hoffe Oh, einmal mitgenommen So, wie geht's ja noch? Oder wie geht's den anderen Typen? Geht's den anderen Typen, gut Ich hoffe Oder genau im Lager da, du Ich, oder Wollt's mich doch wohl verarschen Normalerweise, da geht's da drunter Nee, im Lager, Bruder Nee Normalerweise, müsstest extra verlangen Oder durchs Lager ist Frech Durchs Lager ist echt frech Ist er hier? Hä? Achso, ich denke mir gerade Gegen was kämpfen die, Alter? Ich hab's mir gerade da auch gehabt So, Alter Hä? Was? 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 Was bekämpfen die? Ich hab jetzt wirklich schwören können, so, Alter Hä? Ich hab jetzt wirklich zehnmal schauen müssen, Alter Was bekämpfen die da, bitte? Bin ich wenigstens den ersten Mal los? Ja, aber dafür kommen alle anderen plötzlich jetzt Plötzlich kommen alle anderen, Alter What the fuck, Alter Entschuldigung Geht's ja aus Geht's ja aus Geht's ja aus, Digga Köstlich Schmachmöchtlich, oder so Schaut's aus Oh, scheinbar geht's ein von meinen Leuten nicht mehr gut tiefer? Okay, ja, das hätt ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet Ah, die wird wahrscheinlich auch weggefallen sein Hm Und da wird wahrscheinlich noch irgendein Aufs Ziel draufgegangen sein Fix 100%, 100% So wird's sein Gleich wiederbeleben Gleich wiederbeleben Weil die brauchen wir, oder? Die können wir nicht in den Stieg lassen